Jetzt gibt es weniger Widerstand, weil du sagst, ich will eine Million Euro. Und ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die eine Million Euro haben und die diese auf eine Weise bekommen haben, die für mich ebenfalls nicht unangenehm wäre. Wenn du darüber sprichst, was du willst und warum du es willst, gibt es normalerweise weniger Widerstand in dir, als wenn du darüber sprichst, was du willst und wie du es bekommen willst. Denn wenn du Fragen stellst, auf die du keine Antworten hast, wie zum Beispiel wie, wo, wann, wer, dann erzeugt das eine widersprüchliche Schwingung in dir, die alles verlangsamt. Aussagen wie, es muss doch heute viele Menschen auf diesem Planeten geben, die eine Million Euro haben und darüber hinaus, die einst genau da standen, wo ich jetzt stehe, es einfach wollten und keine Ahnung hatten, wie es zustande kommen würde. Spüre, wie frei von Widerstand diese Aussage ist. Auch wenn du nicht weißt, wie oder wo oder wann oder wer. Wenn du weißt, was und du darüber gesprochen hast, warum du es willst und du den Gedanken darüber geübt hast, bis es sich langsam für dich richtig vertraut anfühlt, was dann beginnt ist, dass Dinge, die dir jetzt nicht passieren könnten, passieren und Ideen, die dir nicht einmal in den Sinn kommen würden, beginnen dir in den Sinn zu kommen und Begegnungen mit Menschen, zu denen du keinen Zugang hast, beginnen sich zu ergeben. Und wenn deine Millionen und viele weitere zu dir kommen, wirst du dich fragen, wo diese immer gewesen sind. Und wenn du anfängst, dir vorzustellen, eine Million Euro zu haben, und wir werden hier ein wenig mit euch spielen, nur ein klein wenig, wenn du anfängst, dir vorzustellen, was das wirklich bedeutet. Und wir wollen nicht, dass du einfach eine Million Euro bekommst und dann aufhörst. Du willst immer eine Million Euro verfügbar haben. Du wirst diese ausgeben wollen und du willst eine weitere haben, die noch auf dich wartet. Denn wir versprechen dir, wenn du dich erst einmal daran gewöhnt hast, dass Millionen von Euro deine Erfahrungen begleiten, wird eine Million Euro nicht mehr lange reichen. Was ist es also, von dem wir wollen, dass du Vertrauen darin hast? Die Tatsache, dass du alles sein oder tun oder haben kannst. Und wie wollen wir, dass ihr euch dem Thema annähert? Langsam, voller Entspannung, ganz leichtfüßig. Wir wollen, dass du glücklich bist mit dem, wo du gerade stehst. Du musst Frieden damit finden, wo du dich jetzt befindest. Deswegen sprechen wir über diese emotionalen Reisen, diesen Rausch, in den du dich versetzen kannst. Du musst dich selbst in eine andere Stimmung hineinreden und dann werden andere Dinge in deinem Leben zu dir finden und dir begegnen. Du musst davon sprechen, was du willst. Du musst es auf die Weise erzählen, so wie du es haben willst. Du kannst nicht auf die Realität blicken und Veränderungen der Realität begegnen, in irgendeiner Form. Du musst den Teilen der Realität deine Aufmerksamkeit schenken, die du liebst und die Lücken mit Dingen füllen, die in deiner Vorstellungskraft oder deiner freudigen Erwartung deinem Ausblick entspringen und ehe du dich versiehst, siehst du, hier bist du also und hast eine Menge guter Dinge in deinem Leben, die du hervorhebst und über die du sprichst und sie schätzt und Listen davon machst. Also erstellst du diese Listen mit positiven Aspekten und du begibst dich in einen Rausch der Wertschätzung und du suchst nach dem Guten, wo auch immer du es siehst und du fühlst dich gut so oft, wie du kannst. Und dann hast du Ziele, von denen du nicht weißt, wie du sie erreichen sollst. Und dann füllst du diese mit Fantasie und Visualisierung und du tust so als ob. Und dann, während du damit anfängst, wirst du einen Traum darüber haben, durch den es sich realer anfühlt. Oder du triffst jemanden, der wirklich so lebt. Oder du schaltest den Fernseher ein und jemand spricht genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Oder du nimmst ein Buch zur Hand. Du hörst ein Interview. Mit anderen Worten. Das Universum wird dir helfen, zu einem Rendezvous zu kommen mit dem, was auch immer die Schwingung ist, die du schließlich erreicht hast. Und nach und nach arbeitest du dich Stück für Stück genau an diese Stelle hinvor, an der du die Lücke dessen füllst, was du jetzt noch nicht lebst, mit deiner Schwingung, indem du deine Vorstellungskraft benutzt. Das Universum kennt den Unterschied nicht zwischen jemandem, der eine Million Euro hat und jemandem, der sich nur so fühlt, als hätte er eine Million Euro. Und wenn du dich so fühlst, als hättest du es, entspricht deine Schwingung dem Zustand, den du dir wünschst, sodass das Gesetz der Anziehung dich mit Dingen genau dieser Art zusammenführen muss. Und das ist wahr, egal ob du von Beziehungen sprichst, ob du über den Aufbau von Imperien sprichst, ob du über das Anziehen von Menschen sprichst, die dir in deinem Geschäft, in deinem Business helfen. Es spielt keine Rolle, was es ist. Du musst nur in die Schwingung dafür finden und die Schwingung davon üben, bis die Schwingung deines Wunsches die Schwingung deines Zweifels überschreibt. Und wenn die Schwingung deines Wunsches anstelle der Schwingung des Zweifels tritt, bam, passiert es. Und dann sagst du, wo bist du gewesen? Dann sagst du, ich wusste, du würdest kommen. Ich konnte dich fühlen. Zuerst fühlte ich mich einfach hoffnungsvoll in Bezug darauf, dass du da sein würdest. Aber irgendwann begann ich wirklich zu vertrauen, dass du da sein würdest. Und dann, vor nicht allzu langer Zeit, wusste ich, dass du da sein würdest. Und bam, da bist du. Aber die Dinge, die du willst, können nicht kommen, bis du zu diesem Wissen gelangst. Und zu diesem verinnerlichten Wissen zu gelangen, geschieht nicht einfach, weil du seither das Nichtwissen geübt hast. Also musst du wirklich an den Punkt kommen, an dem du nicht mehr so viel mit Leuten sprichst, die dich nicht verstehen. Und du sprichst mit denen, die es verstehen. Oder du hältst dich einfach an deinen eigenen Ratschlag. Es gibt keinen Grund für dich, auch nur etwas weniger zu erfahren als das, was du willst. Und wenn du die Fähigkeit hast, es dir vorzustellen, hat das Universum die Fähigkeit, es dir zu liefern. Das zu wissen. Zu wissen, dass du es willst. Es zu wünschen, ist Schritt 1. Und Schritt 2. Denn du hast ja bereits gewünscht. Und das Universum hat es veranlasst. Du musst dem einfach nur noch den Weg freimachen und ihm nicht mehr im Weg stehen.